Am 10. Oktober 2011 hatte ich einen Fahrradunfall. Dieser Fahrradunfall hat mein Leben verändert. In der Zeit nach meinem Fahrradunfall habe ich viel geweint. Mit meinen Tränen hätte man einen ganzen Swimmingpool füllen können. Trotzdem war dieser Fahrradunfall das Beste, was mir je passiert ist. Warum? Das erkläre ich dir jetzt. Und auch, was das mit diesen Schrammen hier heute zu tun hat. Los geht's! 2011 fuhr ich mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause. Damals war ich 14 Jahre alt. Schon damals liebte ich Musik. Deswegen hörte ich mit meinen Kopfhörern Musik beim Fahrradfahren. Kurz vor meinem Zuhause fuhr ich schnell auf die Straße. Ohne zu schauen. In diesem Moment kam mein Auto und fuhr gegen mich. Ich lag auf der Straße. Ich war bewusstlos. Ein Helikopter brachte mich ins Krankenhaus. Im Krankenhaus versetzten mich die Ärzte für drei Tage ins künstliche Koma. Das bedeutet, ich war bewusstlos, habe nur geschlafen und über einen Schlauch Essen bekommen. Ein paar Knochen waren auch gebrochen. Aber, und das war viel schlimmer, ich hatte leichte Hirnblutungen. Warum? Weil ich keinen Helm getragen hatte. Damals dachte ich nämlich, Helme sehen blöd aus. Das brauche ich nicht. Letztendlich wäre ich deswegen fast gestorben. Weil mein Kopf so stark aufgeschlagen ist, musste ich wieder lernen zu sprechen und zu laufen. Außerdem war ich oft sehr traurig. Ich hatte ein Trauma. Und was möchte ich noch sagen? Ja, ich bin ja noch drei Wochen, jetzt genau 18 Tage in der Reha. Und ja, man hält es schon aus. Aber ich wäre jetzt gern zu Hause. Durch meinen Unfall habe ich drei Dinge gelernt. Erstens. Ohne die Hilfe von anderen Menschen würde ich heute nicht hier stehen. Wenn du also traurig bist, gibt es viele Menschen, die dir in Deutschland helfen können. Oft auch kostenlos. Wie du diese Menschen findest, erkläre ich in diesem Video. Zweitens. Mir haben viele Menschen geholfen. Aber am Ende wurde mir klar, wenn ich nicht mehr traurig sein möchte, dann muss ich mein Leben ändern. Dann muss ich für die Schule lernen. Dann muss ich wieder Sport machen. Niemand sonst kann mir diese Arbeit abnehmen. Auch wenn Deutschland ein Sozialstaat ist. Warum das so wichtig für dich zu verstehen ist, siehst du in diesem Video mit Ralf und Roberto. Ralf und Roberto leben auf der Straße. Drittens. Fahr immer mit Fahrradhelm. Neulich bin ich wieder Fahrrad gefahren. Dann wurde ich zu schnell und habe falsch gebremst. Dann bin ich über mein Fahrrad geflogen, direkt auf den Kopf. Dieses Mal trug ich aber einen Fahrradhelm. Hätte ich keinen Fahrradhelm getragen, läge ich jetzt wieder im Krankenhaus. Und dann ginge alles wieder von vorne los. Das möchte ich dir unbedingt mitgeben. Der Fahrradunfall hat mich stark gemacht. Ich habe besondere Menschen kennengelernt. Ich habe gelernt, dankbar für die Menschen in meinem Umfeld zu sein. Das war eine sehr, sehr wichtige Lektion für mich. Allerdings habe ich auch viel geweint, mich oft einsam gefühlt und kein Licht mehr gesehen. Ich hätte sterben können. Und das alles nur, weil ich keinen Fahrradhelm tragen wollte. Weil ich cool sein wollte. In Deutschland ist es zwar erlaubt, ohne Helm zu fahren, aber ich kann dir wirklich nur sagen, fahr mit Helm. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.